um hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft gestorben 2.0 die jetzt was und Bier mit der Exterior den Mabu, den Dalukat, den Dadosch, der Shiko und der Anne Juhu, guten Tag hallo und mit mir, ich bin euer Horst, Crabsworn Crabsie aber mehr Kohle ich jetzt kann nicht die Kohle abbauen weh immer noch an meinem Verschlag wer braucht denn so viel Kohle? weh doch, in letzter Zeit um den Ofen anzumachen so ein bisschen Vorrat wäre ja gar nicht mal schlecht der Eisenschmelze vielleicht schon mal die kleine Shiko einladen das klingt so oh Schallplatten das ist hier falsch geworden solange, solange man mit der in einem Team spielt, muss man das auch nicht kriegen ja ne ja dass sie wissen hat zum Glück gültig uns Team Rot 5 Stück hab ich Maro, ich brauch dich nicht mehr, leb wohl oh nein 7 Stück so hält das an übrigens auch in Beziehung bei Mozart vorne oder was? ja ich hab nur, nein legal, das sag ich jetzt nicht wegen Jungs on safari net hab ich auch ja zu lustig wenn ich das sage das heißt, ich muss einfach vorbei, das war viel zu lustig ich erinnere mich an diesen How I Made Your Mother Witz, den man nie erzählen sollte ja genau richtig der Witz war auch nicht besonders gut und dann siehst du so, das war der beste Witz aller Zeiten boah Anna, wir finden hier glaube ich nicht wieder raus, oder? egal und gerade das ist so endlos hier oh wenn Anna jetzt stirbt ach du scheiße, hier geht's ja weiter seit wann gibt's eigentlich den Bug, dass in dem Moment, in dem das Werkzeug kaputt geht, es einfach wieder komplett repariert wird Bleierzt nein, das wirkt das nächste nach du hast ein zweites das wirkt einfach nach ja das ist nur ein zweites davon aber ich hatte zwei fast kaputte Spitzhacken gehabt in der letzten Aufnahme und daraus wurde eine ganze dann sind das bug user bist raus ja bitte lock dich aus du bekommst leider keine Rose oh ich hab ne Ender Chest als Hut oh nice nice ich wollte schon sagen ach stimmt, ich muss mir eigentlich mal die laufende Kiste bauen ja stimmt die ist richtig nice die ist cool wie baut man die? meine ist die cool da steht ein Buch drin wie heißt die da? Running Chest? L-U-G-G-A-G das ist ne Truhe mit Beinen ah, ich hab nen Spawner gefunden kann so nerven sein warum? man kann die sogar größer machen zwar weiß ich sogar wie aber das wird teuer für ein Zombie Spawner ja ja man kann die auch nicht mehr weg tun oder? also man ja im Schiff rechts klick warte ich kannst dir gleich sagen was sie bauen haben wie das geht du kannst mich nicht du kannst mich nicht holen haha die behält auch das Grund wenn du sie abbaust dann was sie in sich hat sie könnte auch bauen ansatzweise das Problem ist ich bin jetzt leider weiter mit dem grünen Haus als mit meinem Eichen ja ich übrigens auch obwohl ich nur ein Loch hab haha ich hab zwar nur hier ein Loch aber ich bin damit weiter ich geh mal ein bisschen mine vielleicht find ich ja was spannendes boah da muss er fehlen in den Kisten und da ist ein geiles Zeug drin ja ich hab ganz viele Dias gefunden ja ich hab auch an einer Ara ein Stück oder so gefunden ich bin auch komplett Dier ja aber Dier nein da brauchst du Dias und auch noch für das andere das ist weh ja Dabstilgang zum Beispiel hier lade ich die Dabstilgang nach okay die Zombies sind dir ganz schön zähl ja ich will keine Ahnung echt du 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 okay okay die verbraucht das was du im Inventar hast in Red Storm was haben wir denn hier alles so cool fand ich das ich hatte voll viele Stacks das hab ich gar nichts mehr achso ja weil du nur so ein bisschen so rumgespielt hab ich hab nen Pinsel gefunden und ne Brille nachher das kannst du richtiger Künstler ja du kannst ja auch Dinos machen die sind so niedlich wenns Baby sind echt? dann werden die Dinos am Ende oder schleimen die klein die werden groß in der Zeit die werden so groß wie die auf diesem Inselmodpack da oder ja also die werden schon so in etwa ne ok nicht alle werden riesengroß wie die eigentlich sind aber T-Rex zum Beispiel wird riesengroß und gefährlich ich will T-Rex kann ich den T-Rex wie kommt man nach Tropical Island ich will eine Art Meerraptomen haben bitte? wie kommt man nach Tropical Island da musst du dir ne Liegematte machen da musst du dir glaub ich ein Caipirinha snacken während du in der Liege bist und dann im Sonnenuntergang den Caipirinha in der Liege snacken und dann wirst du glaub ich geportet und wie komm ich zurück? da hättest du auch selbst drauf kommen können also was für ne Frage echt eindeutig das ist doch ganz normal das ist genauso wie im Urlaub du gehst nicht abends irgendwo am Strand und trinkst was und wachst irgendwo ganz anders wieder auf das erinnert mich irgendwie an meinen letzten Urlaub gibt Alkohol keine Chance werdet ihr von Alkohol? doch sonst wäre ich arbeitslos ich hab von meiner Erdbeermilch gebeten die Erdbeermilch wie kann man denn die Brille aufsetzen? mit Schuss mit Haar was für ne Erdbeermilch mischen mit Schuss misches Pulver drin natürlich es wird vielleicht am Pfeil schmecken sogar so wo ist die Chico? in meinem Häuschen bist du nicht in meinem Haus hier? in meinem Loch? ich bin in deinem Loch es ist so schlimm dein Haus es ist gerade nur ein Loch aber es ist weiter als das blaue Haus es gibt zwei Türen also es verzückt doch nenn wo bist du? wo ist dein Haus? im warte ich bin wenn du hochfliegen das den komischen Kastenhaus finden mit roter Wolle dran da drunter ich bin quasi direkt gegenüber vom Spawn-Dingen in der Wand weit oben warte mal hier ist der hier ist der Spawn ich bin unten beim Spawn dann fliegst du hoch und hältst dich leicht rechts ich sehe hier eine Glaswand genau das ist hier dein Loch das ist hier dein Loch rechts davon hast du neben mir in dem Berg gebaut unter mir rechts also du hast noch das hast sie gesagt du hast gar nichts für guten Tag schön in deinem Loch gewesen sein ich habe Safari-Net dann kann sie einen eigenen Spawner machen also eine Spawnkugel das ist verrückt was du hier alle hast bist du schon nicht aus der Höhle raus gekommen? ich bin immer noch hier drinnen das ist eine riesen Erkundungstour das ist ja verrückt wie geht das? ich such grad irgendwie ah Diamanterz ja jetzt weiß ich das für mich schon mal falsch aufgestellt habe wie machst du diese Blöcke hier? ich habe Blöcke? ach so möchtest du mal mitkommen? zeig dir mal möchtest du mir einrichten helfen? ich brauche weibliche Unterstützung wir sind jetzt die Küchebar nehm das nach ähm klar natürlich ach so du hast gar nichts für mich ach so du hast gar nichts für mich die Wache ist ein Quackestation ach hier das brauche ich dann nimmst du mal den Schizzle in die Hand also das brauche ich nicht weil das habe ich selbst Teil of Ashes und Pumpkin Seeds ach egal das ist der Schizzle ach so schreit man das nimmst du den Schizzle in die Hand machst du einen Rechtsklick wo drauf? einfach nur Rechtsklick ok dann öffnet sich ein Inventar so ein zweites Feld da oben ne? ja ein Steak Stones rein in die Mitte jo und dann kann ich mir was aussuchen genau ist ja geil mhm den Quackest du mit 4 Eisen und einem Stick also ganz billig geiles Ergebnis ähm ja darf ich den behalten? nein den brauche ich noch 4 Eisen und ein Stick hab ich kann ich dein Ding hier benutzen? äh ja lass ich das gerne hin ein einziger Stick nur ein einziger Stick links der kommt oben links die Stick kommt hier hin unten links und oben rechts die 4 Felder ah genau danke ja zum Glück ist die blau und das muss 3x3 sein so ne Schmiede hier oder was? ja oh aber da fehlt ja noch was ja dann noch Gold das ist schön kannst du es zu Ende bauen? du bist hier? ja ich bin dabei aber ich war ja nicht drauf ich bin echt am Arsch der Welt deswegen weiß ich nicht wo ich bin ich hab wenigstens eine Gasmaske auf weil die Ries ganz schön stecken ja eigentlich musst du das sofort machen ah ok ich hab den Ash Ketchum Hut ja aufgenommen ich bin ja ich bin der Professor und schau zu deswegen ich bin übrigens wieder rausgekommen aus der Höhle ja weil ich bin immer noch hier unten ich hab hier jede Menge zu farmen aber es hört hier auch nicht auf ich glaub nicht dass ich hier wieder rausfinde ich bin so tief unten so Meme von Moria so ich muss jetzt Lade und Lock ei 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 und das wird aber nur normal zugemacht wieder hier ne? ähm ne da kommen jetzt meine Drains rein ich hab die Mine gefunden oh du Gott ah und ich bin der kann das auch größer als 2x3 sein? so was heißt und ganz viel Diamant das ist schön du kannst es auch größer als 2x3 sein du störst mich nicht hier ähm nicht in der Breite aber in der Höhe du kannst es so hoch machen wie du willst quasi unendlich aber breit es muss immer derselbe breite Aufbau sein achso ok so was wollte ich jetzt noch? so dreimal dreimal und endlich mhm das ist so dunkel hier und jede Menge Diamant das ist sehr schön so ja ich hab hier nen ganzen Raum gefunden aber die ist auch ne riesenline voll geil welche Höhe würdest du mir empfehlen? so wie du es hier hast oder was? also ich mach jetzt basic mäßig erstmal 2 hoch aber du kannst also 3 bis 4 geil pulle aus oder kriegst du mehr rein? ok also wäre das wichtig? ja da kriegst du halt mehr rein auf einmal weil du wenn du jetzt da rein guckst siehst du ja du hast diese ähm ich hab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3 Felder und mit einer Reihe mehr kriegst du halt neun Felder mehr achso ok das kannst du mehr auf einmal schmelzen der Inhalt also das Liquid Feld ist quasi von Anfang an unendlich das heißt du kannst da hundert Millionen Sachen drin schmelzen und es geht immer weiter nach oben aber das Space halt zum schmelzen ist dann halt immer größer das ist halt das gute daran quasi mehr auf einmal so wie schmelzt man jetzt? Moment erstmal brauche ich Lava gleich ja jetzt brauchst du Lava um ihn zu befüllen also so ich weiß nicht ok fliege dich mal zu mir und versuche das mal so weit nachzubauen jo mach das wie gesagt ich hatte jetzt 3 Stecks von hier bevor ich hier runterspringen soll ich mich erst verwandeln ja bitte nicht einfach so springen ich will keine Toten vor meiner Haustür ja ok dann testet das mal ne jetzt sagst du es habt ihr schon Rubin gefunden hier? ja was wir gefunden? Rubin? wir sind ja fast Nachbarn ich hab shiny Rohr gut auf der anderen Seite ich hab hier grad ein bisschen Rubin gefunden nicht schlecht äh wo wohne ich? wo ist das? oh weil nee weil ich wohne weiter unten hallo 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 was ist das denn? doch kein Schild an der Tür doch nicht wahr oder? doch ist schon warm nicht da reingehen ne da war kein Lava drin aber ich weiß nicht wie viel Schaden kriegst du jetzt schon wie lange baust du noch in die Richtung hier? weil ich will noch weiter runter oh ne es ist Ende hier ok und nach hinten ausbauen also in diese Richtung hier so klar denn das reicht mir erstmal fürs erste Grasofen soo und nu ähm weil es so schön ist so was haben wir denn hier noch? Steinkohle jede Menge? oh schon wieder oh 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 jede Menge Diamant juhu ey ich hab gar nisch gezackt im Meer äh 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 solltest du noch nicht wissen als Pledermausform bekommt man keinen Fallschaden egal wie Tieflichkeit ne und hier ist jede Menge Diamant Pledermaus oh hier ist schon Ende so was muss ich jetzt eigentlich nochmal aus diesem äh dieser Marmor gedöhnt das ist ja schon dieser Stein mit dem ich dann äh die Schmelze machen kann ne? du hast Teard Bricks? äh Mörtel hab ich Mörtel? das ist bei mir auf Deutsch achso achso wenn ich Kies, Franz und Leer zusammen packe ne das muss jetzt brennen sozusagen ja ich find das auf Deutsch besser ich mach das für die Zuschauer ich hab auch auf Deutsch ja ich hab's auch auf Deutsch ich kann die ganze Übersetzung mich ertragen das ist furchtbar ja wenn die ne gescheite Übersetzung hätten ja aber ich glaub das ist auch so persönliche Präferons wie man es möchte Präferons? Präferons? ja das ist gerade äh aber manche Sachen find ich auch einfach unglücklich übersetzt aber es gibt Schlimmeres ja oh mein Gott die komm ich jetzt hier wieder raus ohne Spitzhacke will ich vielleicht nicht in der Aufnahme machen? ähm Antwort gar nicht gar nicht was denn? hast du Vandalismus betrieben Maru? und hier ist es immer wieder gerassen die Sprache umändern meine ich dauert ewig echt? wegen dem Texture Pack dauert das ewig oh nein weil halt für jeden Blog den wir nicht hatten ich muss jetzt erstmal einmal raussuchen okay also Leute bei mir zuschauen ihr müsst so für 5 Minuten fast ein bisschen langweilig haben sie keinen Bock drauf wechseln sie auf DALUS Kanal mal Badum ja guck bei DALUS weil die nächsten 5 Minuten dann kommt wieder ist Abo bei Maru wechselst zu DALUS das ist aber sch- doch das ist ja gut weil dann wechseln sie ja zu unserem coolen Team stimmt Maru ist ja einer von den bösen zu dem guten Team Maru tut sonst einer von den bösen Maru ist einer von den bösen hallo achso er ist dein Spion ja der weiß aber die Polizei sind auch Bruder dabei nein nein jetzt muss ich erstmal hier wieder einen Weg nach draußen finden ich spiele Drachenzüchtig jetzt kann ja jetzt was werden neutral ich gehe doch meinen Drachen rum mit meiner AWP und schieß jeden ab jetzt hast du einen Disconnect äh am besten immer oben halten ja abgestürzt dein Spiel Maru ja ich bin hier gar nicht mehr so weit ich bin hier gar nicht mehr so weit ich bin hier gar nicht mehr so weit und die nicht mit Shift-Click herstellen darf man kann übrigens nicht mit Shift-Click du darfst die nicht mit Shift-Click herstellen bei mir geht das aber ganz normal wenn ich die mit Shift-Click quasi reinziehe ich wollte gerade neun stück machen um den Boden zu machen ähm hab die wollte ich mit Shift-Click rein jetzt habe ich einen einzigen einen der West ist weg oh nee aber das sollte eigentlich nur ein Anzeiger Bug sein der Rest dürfte nicht weg sein das ist eigentlich schon so gedacht dass du nur einen herstellst der Rest müsste trotzdem noch da sein immer wieder da seltsam seltsam okay dann ist ja alles gut da ist keine Fackel hier war ich noch nicht ich will hier wieder raus ich will hier wieder raus ich will hier wieder raus ich will dann halt nicht ach fang-woll fang-woll ah Wassereinbruch Hilfe ewig weit fliegen ah ah ich bin hier richtig das ist gut ja ich fändere aus so eh eh wie ging es denn nochmal weiter ähm Crabs völlig überfohlen Crabs müssen die Schmelze Crabs müssen die Schmelze Crabs müssen das schaffen bevor wir fertig sind mit der Aufwand das wird nicht funktionieren Damit wir wissen, wie das geht. Also zum Beispiel, ähm... Wir müssen gleich noch eins aufnehmen. Also, ich würde da wieder reinkommen, weil natürlich jedes einzelne Fehlende Texture-Pack-Item muss erstmal einzeln erwähnt werden. Wo ist denn jeder Ausgang? Wie baue ich denn so einen scheiß Tank, den du da hattest? Einen Tank? Ja, ähm, Sudbricks mit einem Glas in der Mitte umrunden. Ah, hier war ich. In der Maus? Ja. Einfach mal im Dunkeln fliegen. So, ist mal genug. Uiuiui. Und so... So, so, so... Wo ist der Unterschied zwischen denen mit 5 Glas und 1 Glas? Der mit 1 Glas ist der richtige und der mit mehr Glas ist der falsche. Mit mehr Glas ist zum schönen Aussehen. Genau. Warum ist der falsch? Hat er was getan? Weil der nicht direkt... Du brauchst den, den richtigen, damit... Ja, der hat was getan. Der mit viel Glas ist ein Erweiterungstank, der hübsch aussieht und der mit wenig Glas ist der, den die Schmelze direkt erkennt. Das ist ja jetzt Blödsinn. Dass man sowas bauen kann. Ja, es ist, äh... Bau den richtigen. So, Punkt. Sonst weinst du nachher, wenn's nicht funktioniert. Wollen wir auch nicht. Dann komm ich wieder bei dir an. Richtig. Brauch ich auch noch für die Drain und so'n Spaß und andere Sachen. Ja. Einfach Ja mit Ja antworten ist auch gut. Oder... Ist die Informatiker Antwort? Ja. 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 A oder B? Ja. Genau. Eieieieieieieieieieieiei... Wär denn niemals oder fragen? Niemals. Wo ist denn hier der Ausgang? Okay, der... Wo war hier hin? Oh, schrecklich. Ach, ich wollte nicht bei mir nichts bauen. Äh, 4x4 fällt, ne? Nee. 3x3 Boden und nochmal rum rum 4x4. Nein, auf beiden Seiten jeweils eins, also fünf mal fünf. Also. Fünf, ja. Den da hin machen wir so falsch. Ich habe nicht in Minecraft gedacht, ich habe in... Ich bin verwirrt. Oh. Und ich finde hier nicht raus. Ich glaube... Man könnte ja auch ein Haus zusammenbauen, ein grünes Ort, wenn man den Schweden aufbaut. Ah, diese Hülle, die ist echt extrem, ey. Würde es natürlich leichter machen. Ich finde hier nicht im Ort, wo ich noch nicht war. Nein, ich will meinen eigenen Scheiß haben. Vertraue euch nicht. Ich gebe nichts ab. Ich werde ein grünes Haus bauen, direkt dahinter kommt eine Tür. Und so sieht es aus. Äh, was kann man eigentlich jetzt mit dieser... Mit so einer Hexenhand machen? Hexen? Ich muss mich so durchgraben, dauert ein bisschen, aber... Immerhin komme ich dann irgendwann hoffentlich wieder raus. So. Da habe ich noch... Natürlich schon so einige Sachen wieder vergessen, was sie da gebaut hat. Wir müssen noch gucken gehen, verdammt. Noch darfst du reinkommen. Noch ist kein Schild an der Tür. An der Haustür nicht, aber an der dahinter. Kannst du direkt dahinter eins machen. Da kannst du dann durch die Tür gucken, kannst du durchgucken und so, hallo. Aber wir sind doch ein Team. Ach, ja. Ja. Natürlich. Jetzt kommen wir. Ein Team. Ein Team. Redet ihr das ruhig ein? So lange die Schutzzeit ist. Okay, dann halt nicht. Nach dieser Folge endet meine Schutzzeit. Wo falle ich dich jetzt hier einfach? Oh, das ist nicht mehr recht. Witz. Schutzzeit endet erst, wenn du aufhörst. Wenn du hiernach noch direkt weitermachst, bist du immer noch... Ja, ja, deswegen. Okay, ich habe jetzt ein neues Buch bekommen. Was soll ich damit machen? Ja, du kannst weiterlesen. Verbrennen. Reinbeißen. Das sieht gut aus. Spitze Fels. Ja. Nein. Ja, wie sollst du Schmel... Äh, sch... Dieser, hier, diese, äh... Tapfhähne. Wie sollst du hier zwei Stück von? Weil ich habe einmal hier einen Bastant und einmal einen Casting Table. Im Bastant kannst du Blöcke gießen direkt. Und im Casting Table kannst du, ja, Formen drauflegen, wo du was reingießen kannst. Zum Beispiel die Ingotform. Ah, okay, alles klar. Ingot kriegst. Ich habe rausgefunden. Ich bin wie ein Hammerlos. Also ich brauche jetzt einen Lavatank. Korrekt? Epp. Ich brauche Glas. Ich brauche den richtig. Zack, ne? Oh, wir kämpfen gegeneinander. Ähm. Ich finde ihn gerade in der Liste nicht. Ich kenne ihn nur auf Englisch. Ich habe auch auf Englisch. Ich kann nicht umstellen. Dirt Tank müsste dann eigentlich heißen. Dirt Tank, okay. Ich habe Lavatank gerufen. Ja. Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. Ich brauche den Kleinen bauen. Den, den, den Fazit. Ja. Genau. Oh, du bräuchst schon. Bräuchst du nicht die, die, die anderen? Oh, ich warte, ich zeige dir, wie schmolzen ist. Brauche ich noch einen Controller? Hm? Oh, ein bisschen low keys. Das ist doch verarschen. Äh, wenn man so einen Hexenzirkel findet, wo ist dann die Truhe von der da? Im Wasser. Im Wasser. Ach, das ist... Oder Launch-Controller, ne? Mhm. Oh. Oh, das ist nur Brick. Oh, ich hätte nichts verbinden dürfen. Da wäre ich schon fast wieder runtergesprungen, ey. Oh, man. Drain brauche ich noch. Das ist nur ein... Oh, ich... Samtpatschen gut. Wie heißt das Ding, der Auslauf? Wie heißt der? Porset, also F-A-C-E-T-E. Okay. Ah, jetzt hör auf zu bangen, blödes Ding. Ich finde ja, dass die Palmenbäume extrem cool aussehen. Geil mit. Fällt mir voll gut. Palmenbaum. Wachsen schön. Wachsen die denn auch in dem Biom, wo wir sind überhaupt? Ich glaube, die wachsen überall. Auf Sandhallen, ne? Äh, glaube ich auch nicht unbedingt. Weiß ich nicht. Das habe ich noch nie ausprobiert. Hm. Komisch ein Casting-Table. Wie, wie machen wir den Casting-Table? Einfach ein umgedrehtes U. Also das Gegenteil von dem Kaul-Dun, also. Fass ja, genau. Hm. Als Fledermaus kriegt man auch keinen Fallschaden? Nein. Praktisch. Mhm. Was mir jetzt schon zweimal passiert ist während der Aufnahme ist, dass dann, wenn ich so oft Shift oder Alertaste drücke, dass dann Windows sagt, möchten Sie die Einrast-Funktion? Ja, die habe ich ewig kalt ausgeschalten. Die habe ich auch schon echt lange ausgemacht, ja. Ja, jetzt so richtig jetzt zusammen schnipzeln, weil die Aufnahme dann immer abbringt. Das ist glaube ich auch so das Heroic-Brix-Glas, das auch für die Schmelze zählt, ne? Mhm. Da man quasi schönere Wände hat und reingucken kann. Genau. Ja. 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 Ich habe immer noch jemanden. Ich habe immer noch weg Diamanten, ey, meine Güte. Ja. 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 Da bin ich ja voll stolz auf meine Drachen. Na ja. Ich bin voll stolz auf meine Eier. Oh Gott. Gut zu wissen, Krabs. Freut mich für dich. Super. Du hast schon welche gesammelt von den Hyan? Ne, ich habe noch gar keine. Bin nicht stolz drauf. Ich habe noch nichts. Keine Eier. Habe ich auch ein bisschen abgucken. Das habe ich im letzten Mal nämlich falsch gemacht. Braucht man so ein Casting-Channel? Und wenn ja, wofür? Den kannst du mit die Facette verlängern. Äh, ja. Okay. Wie so ein langer Rüssel, weißt du? Mhm. Und ein Casting-Tape. Lass mich hier rein. Ja. Wenn der Feuerflämmchen hat, dann ist alles gut. Hauptsache die Feuerflämmchen sind da. Ähm. Die sind ganz richtig. Wie geil. Ich habe eine Babyschildkröte als Hut. Echt? Ach das Hut. Dalo hat sogar einen Pokéball. Ja, das ist natürlich cool. Wobei ich natürlich kein Pokémon... Ich habe niemals Pokémon geguckt, gespielt sonst irgendwas. Oh, scheinbar. Wollten mich natürlich trotzdem. Kannst du mir nur die Kompi hier verdaffen? Ich habe auch nie gespielt. Übernausen. Stolz drauf. Ich hatte aber auch nie... Ich hatte aber auch nie ein Gameboy oder sowas. Von daher. Oh Gott. Oh. Seid ich... Doch, ihr seid... Jetzt werden sie damit leider reden. Nein. Nein, 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 nein. Ich war voll zufrieden immer mit PC. Ich habe schon seit ich drei oder vier bin, habe ich Computer gespielt. Ich habe ein Eisen zu wenig. Oh. Ich habe Eisen schmelzen den jetzt. Alter, ich baue mich gerade echt aus einer Hülle raus in einen Berg rein, glaube ich. Ich bin schon so extrem hoch. Wo finde ich jetzt Lava? Ich habe dein Glück raus geschafft. Wo finde ich jetzt Lava? Ich habe keinen Sinn. Nein! Lava? Du hast Lava? Kann ich mir Lava leihen? Du brauchst ja eh nicht. Ich brauche Lava. Oh. Wie ist das Ding, was man immer mehr Lava mitnehmen kann? Portable Tank. Wir sind übrigens am Ende angekommen, meine Freunde. Nein. Wir sind Pastrone? Nein, nein. Sind wir nicht. Also letzten Minuten? Nein. Kann ich sein. Den normalen bin ich geboren, ne? Dafür brauche ich Glas und einen Kupfer-Ingott. Oh. Jawoll, mein Ego-Haus ist fällig. Es ist abgesperrt. Ja. Man kann nur rein und sieht dann gar nichts. Hinter kommt direkt die andere Tür. Ja! Ich bin ein Enderman. Enderman. Juhu! Ich habe mich tatsächlich in einen Berg reingearbeitet. aus einer Mine heraus. Oh wei. Toll. Wo noch Lava rumschwirrt. Da wo ich war, vorhin, war es jede Menge Lava. Boah, ich bräuchte eigentlich auch Lava. In welcher Himmelsrichtung? Das reicht mir schon. Ähm, ja. Nein. Kann gar nicht sein. Hör nicht auf. Ich will aber noch nicht schlagen gehen. Bevor wir beenden sollten, dann bin ich überziehen. Was sollten wir beenden? Wir sollten aber die Beendung beginnen, damit wir nicht überziehen. Shigo möchte nämlich abhauen. Ja, die will weg. Das will ich aber nicht. Brauch die doch. Ne, den Grundteil kann ich auch schon. Das kann ich auch noch erklären. Nein! Oh! Ja, okay. Ich habe ja... Ach nee, ich muss ja... Ich habe Einleitungen gemacht. Was ist mir egal. Wirklich nicht. Dann macht es nicht der Ableiter. Und Tschüss und Aus. Oh, ich habe auch ein Drachenei sehe ich gerade. Das kann ich nur kurz sagen, welche Richtung die Lava ist. Geben wir dann gleich noch eine Runde auf. Ich... Ich... Ja. Ja. Ich muss leider dann erstmal... Oder... Verführt mich nicht! Was... Los! Du willst es doch auch! Wir Frauen müssen doch zusammenhalten! Das sind viel zu viele Männer! Hallo! Das ist ein viel zu gutes Argument! Genau! Sehr gut! Sehr schön! Alles klar! Dann müssen wir es langsam echt mal die Runde beenden hier! Danke, Caps, dass du auf die Zeit achtest! Wenigstens! Ja! Gerne! 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 Gut! Dann bis zur nächsten Runde! Bis gleich! Tschüss! Tschüss! Ciao!